So, klipp und klar, also den Sarkophag, den müssen wir nicht suchen, wenn man hier drin vorbeiläuft, dann ist das ganz schön traurig, glaube ich. Ja, dann ist das schon extrem traurig. Ich weiß, es ruckelt ein bisschen, wir haben auch gerade nur 18 Frames hier, wieder jetzt 20, 21. Wo ist denn hin? Also, er hat ein bisschen, na, wir haben schon wieder diese Kollegen. Äh, achso. Wow, das war knapp, dass das funktioniert hat noch. Denn das wollte nicht mehr ganz und, ähm, jetzt habe ich vergessen, genau, es ruckelt ein bisschen, weil ich gerade am Hochladen bin noch, aber ich wollte mal gucken, ob das Spiel trotz allem noch laufen kann, weil das läuft ja auch über Internet, ob das halt noch flüssig läuft, wenn... Ach, da oben ist wieder einer. Ja, komm, wuschi, 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 wuschi. Ups. Wunderbar. Okay, dieses Loch an der Wand wird wahrscheinlich nichts sein, was ist denn hier? Gar nichts. So. Ach, wir hören schon wieder die Nächsten. Wir haben mal versucht zu dodgen. Jetzt müssen wir noch... ...geben... Hä, wieso hat das jetzt wieder nicht funktioniert? Der war doch dran. Wieso geht das gerade nicht? Ich drück doch... Leute, ihr seht das doch gerade auch, das funktioniert... Ja, okay, komm, wir lassen jetzt einmal sterben, weil das ist gerade echt nur Zeitverschwendung, was ich hier mache. Weil ich hab... Das hat doch funktioniert. Ach, jetzt kommen wir hier wieder raus. Die Zwischensequenz... ... kann man ja einfach... Jetzt geht das hier genauso. Was ist denn hier gerade kaputt, dass wir das nicht können? Na, ganz ehrlich... Drück ich zu spät? Drück ich zu früh? Was... Ach, wir haben hier die... Ach... Wir haben hier die Vasen vergessen und die Menschen stehen wieder... Ja, ich weiß, ich fange schon wieder an, mich aufzuregen. Hä? Hä? Wo sollst du mich jetzt verkackeiern? Mein Fehler? Ich weiß. Oh, okay, das war jetzt wieder mein Fehler. Aber manchmal denkt man sich... Natürlich ist es immer eigentlich der eigene Fehler, dass das nicht funktioniert, wenn es jetzt nicht direkt ein Bug im Spiel ist. Aber Verständnis habe ich dafür trotzdem nicht. Ops. So, nochmal den Sarkophag kaputt machen. Noch nach ein paar Kugeln suchen. Die es vielleicht hier gibt. Wo ist der hin? Und dann sind wir schon wieder hier. Hey, irgendwie die Soldaten sind schon im Weg. Warum springt der so? Der rutscht normal runter. Das ist so... Öh. Ja, und jetzt macht er auch wieder nur Faxen. Jetzt ist wieder der Punkt, wo ich mich aufrege. Ja, ich weiß. Jetzt setzt wirklich gerade so der Moment ein, wo ich nur denke... Öh. Das kann jetzt nicht wirklich wahr sein. Das war mein Fehler. Ganz quill und klar. Er greift doch dazu. Ich verstehe das nicht, warum das nicht klappt. Drücke ich echt die Sekunde zu früh? Ey, Leute. Ich reg mich, wenn es so weiter geht, drehe ich mich jetzt wirklich die ganze Zeit auf. Bei der nächsten Aufnahme werde ich bis dort hinten, wo wir jetzt die ganze Zeit am Krippieren sind, spielen. Aber jetzt ist gerade echt der Punkt, wo ich das Spiel gleich sonst verprügele. Und das wollen wir ja nicht. Und deswegen sehen wir uns einfach beim nächsten Mal. Tschüss. Willkommen zurück zu Prince of Persia. Ich habe mich wieder erholt. Und ich hoffe, es funktioniert jetzt auch mal. Nein. Okay. Ah. Nein. So. Und wir haben es endlich geschafft. Du kannst an Wänden entlanglaufen, während du gleitest. Ich kann an Wänden entlanglaufen, während ich gleite. Okay. Das... Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Das funktioniert auch so nicht. Toll. Jetzt sind wir weitergekommen, aber irgendwie... Wow. Ich drücke Steuerung, das funktioniert nicht. Ich bin ja ein bisschen überfordert. So. Wir müssen das Monster auch sehen, wo wir hinspringen sollen. Okay. Aber wir sehen, es wird langsam echt schwierig für mich. Und ich... Aber das liegt auch daran, dass ich mich manchmal angepisst bin. Das weiß ich auch selbst. Aber das ist halt auch mittlerweile ein bisschen Überforderung mit den ganzen Tasten, die gedrückt werden müssen können. Und hast du nicht gesehen? Ah, ja, ich sag ja, es sind aber viel zu viele Tasten, die ich drücken kann. Jetzt macht der... Jetzt schwingt der auch nicht. Jetzt schwingt der wieder nicht. So. Und ich hoffe, wir sind jetzt aus dem Garten weg. Wir sehen zwar optisch sehr schön anzusehen, aber... Jetzt hat er auch was gefragt. Wo ist der hin? Wir haben nur noch zwei Kugeln. Weil ich hier die ganze Zeit die Zeit zurückdrehen muss. Und das ist echt mega unlustig. Und es geht jetzt auch noch hier weiter. Ja, und wir stürzen einfach mal ab, weil... Mich... Jetzt frage ich mich natürlich wieder, wie ich bin, ob hier unten vielleicht etwas war. Aber, nee, es sind nur Wasserbände gewesen. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Und jetzt kann wieder Fallen, aber irgendwie genieße ich die Fallen gerade. Und wir sehen dort unten ein kleines Rad. Die Fallen wahrscheinlich zum Laufen bringen. Irgendwie scheinen mir die Fallen hier zu einfach zu sein. Aber das ändert sich sicherlich gleich nochmal. Oh. Wo sind wir denn jetzt? Sind wir immer noch in den Gärten? Ich möchte die Gärten wirklich... Die sind super schön. Ich hab die auch in deinem letzten Mal richtig gelobt. Aber ich habe keine Lust mehr auf die. Ach, jetzt hab ich mich schon überdertragt, was das hier sein soll. Und dort hinten ist wieder so ein Bombardierer. Das heißt, wir müssen uns ein bisschen in Acht nehmen. Ja, das war zu erwarten, dass er genau dort drauf ballern würde. Und dann machen die Lasen kaputt. Und ignorieren das Kälchen jetzt einfach. Okay. Und wir hören schon wieder, dass dort da hinten ein neues Bombardierviechchen ist. Das heißt, wir müssen natürlich in Bewegung bleiben. Okay, das war jetzt Glück. Da hat er sich ein bisschen verzielt. Ups. Jetzt hat er mich doch tatsächlich getroffen. Hier, mir gehen die Viecher mehr auf die Eier. So. Keine Ahnung. Ich hab mich jetzt irgendwie irritieren lassen von dem Wasserfall. Diesmal habe ich jetzt kein neues Tierchen. Ich seh's auch nicht. Wird wahrscheinlich irgendwo oben sein. Und die Kameraperspektive ist mal wieder legendär. Aber ich möchte mich heute mal wieder nicht aufregen. Mal wieder nicht aufregen. Das ist auch ein schöner Satz. Stellung. Nein, diesmal möchte ich mich wirklich... Heute möchte ich mich nicht aufregen. Also nicht allzu sehr. Weil ich glaube, das artet mittlerweile schon ziemlich aus. Bei mir. So. Nee. Ja. Da wollte ich ja mal nicht springen. Ich sag halt, das ist Überforderung mit den Tasten teilweise einfach. Ah, ich hasse es. Ich bin einfach überfordert. So. Ganz ruhig. Springen. Warten. Rutschen. Springen. Bämsen. So. Einfach. Und jetzt fehlt uns noch ein XP. Damit wir... Warum kann das nicht immer so flüssig funktionieren? Und ich sehe gerade, wir bekommen... Ich dachte immer, wir würden nur einen Upgrade-Punkt bekommen. Wir hätten jetzt hier rumgeballert. Aber dem scheint nicht so sein. Wir kriegen sogar mehr als einen. Sondern nämlich 10. Ich glaube, beim letzten Mal hatte ich gesagt, ich mache die Flammenspur hoch. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Oder ich könnte natürlich auch die HP-Parallel hierzu erhöhen. Oder Kraft der Zeit Upgrade brauche ich bis jetzt eigentlich nicht so. Steinrüstung. Benutze ich halt alles gar nicht so. Den Wirbelwind, der ist super gut eigentlich für die ganzen Massenkämpfe. Aber irgendwie benutze ich das nicht. Aber ich würde sagen, wir erhöhen die Flammenspur. Warte, warum geht das nicht? Upgrade gesperrt. Dieses Upgrade ist gesperrt. Du kannst nur Markier für Upgrades kaufen und markieren. Achso. Das heißt, wir können jetzt nur hier das erhöhen. Ist das auch gesperrt? Jo. Das heißt, wir können nur das hier erhöhen, das hier erhöhen oder das hier erhöhen. Warum können wir das hier erhöhen? Das verstehe ich jetzt nicht. Dann erhöhen wir doch erstmal das hier. Und dann dadurch kriegen wir auch die Reihe hier. Das ist sehr schön. Gut. Dann belassen wir das so erstmal. Und haben ein bisschen mehr HP. Aber wir kriegen... Haben wir jetzt einen neuen zweiten Schwinger bekommen? Weiß ich gar nicht. So. Überfordert mit den Tasten und E. Irgendwas ballert mich halt ab. Das... Ich habe keine Ahnung, was das jetzt sein sollte. Aber irgendwie komme ich halt auch gerade nicht auf die Kamera-Perspektive. Was ballert mich denn... Ach da. Also irgendwo in der Ecke dort hinten ballert mich irgendwie ein Vieh ab. Dort ist es auch. So. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Wir haben ja einmal das Knockback-Ding bewegt. Aktivieren jetzt auch noch die falsche Kraft. Sind gleich tot wahrscheinlich. Mein Gott! Ey, ich kann hier nichts machen gerade. Wirklich gar nichts. Jetzt habe ich... Oh, scheiße! Nein! Ich habe jetzt die Tastensperre hier rein und raus und komme jetzt gerade nicht ins Spiel rein. Haben wir gut gemacht. Als F4 und die Welt gehört mir. Ich habe jetzt die Tastensperre hier. 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 Ich habe jetzt die Tastensperre hier.